1000 Euro am Tag automatisiert mit ChatGPT verdienen. Im heutigen Video würde ich euch gerne eine künstliche Intelligenz vorstellen, die es euch möglich macht, unterschiedlichste Geschäftsmodelle innerhalb von Stunden hochzuziehen, damit wahnsinnige Profite zu erzielen und vor allen Dingen langfristig mit einer großen Menge an Kunden zusammenarbeiten zu können, ohne jemals Startkapital investieren zu müssen oder Mitarbeiter anstellen zu müssen. Heute in diesem Video würde ich euch gerne eine der besten Nischen vorstellen, mit denen ihr Online-Geld verdienen könnt und das Ganze zu 100% automatisiert durch ChatGPT. Falls ihr mehr über diese Nische erfahren wollt und ihr wollt auch ein automatisiertes Online-Business starten, dann bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich nach dem Intro. Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Leon Schottari und auf diesem Kanal möchte ich dir immer die besten seriösen Methoden vorstellen, um langfristig im Internet Geld verdienen zu können. Wenn du dich auch für das Thema passives Einkommen, Online-Business und finanzielle Freiheit interessierst, dann klicke jetzt unter diesem Video komplett kostenfrei auf den Abonnieren-Button. Schon mal vielen Dank für deinen Support. Aktiviere zudem die Glocke, damit du keine Videos rund ums Thema Geld verdienen mehr verpasst, denn jeden Tag teile ich mit dir neue Strategien, die dir dabei helfen werden, finanziell frei zu werden. Gib gerne auf diesem Video einen Daumen nach oben, wenn du mehr Videos zu diesem Thema sehen möchtest. Künstliche Intelligenzen sind derzeit in aller Munde. Einige Leute denken negativ drüber, andere positiv. Für uns Unternehmer sind künstliche Intelligenzen ein wahnsinnig hilfreiches Tool und vor allen Dingen erlauben es uns, künstliche Intelligenzen deutlich schneller zu wachsen, deutlich mehr Geld zu verdienen und vor allen Dingen Wachstum zu erzeugen, ohne Mitarbeiter einstellen zu müssen. Es gibt viele unterschiedliche Methoden online, mit denen man Geld verdienen kann. Es gibt immer mehr Methoden, die auch künstliche Intelligenzen nutzen. Es gibt aber nur wirklich wenige Methoden, mit denen man ein richtig erfolgreiches Business aufbauen kann. Ich möchte euch heute hier in diesem Video eine von den profitabelsten Strategien vorstellen, die ich persönlich kenne. Vor allen Dingen ist es eine Strategie, die ich über die letzten zwei Jahre angewendet habe, bloß nicht mit künstlichen Intelligenzen. Das, was ich jetzt tue, wird mir dabei helfen, deutlich schneller zu wachsen mit meinem Unternehmen und ich möchte euch in dieser Nische ganz genau meinen Prozess zeigen. Ich möchte euch zeigen, welche Skripte ich nutze, wie ich die künstlichen Intelligenzen verwende und wie ich dementsprechend zu ordentlichen Profiten mein Unternehmen bringe. Vor allen Dingen ist das eine Methode, mit der ich jeden einzelnen Monat 20.000 Euro verdiene und ich gehe davon aus, dass ihr das Ganze über die nächsten Monate vielleicht sogar verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen kann mit der Strategie, die ich euch heute hier in diesem Video zeigen möchte. Um diese Strategie nutzen zu können, brauchen wir folgende Software, nämlich ChatGPT. Geht zuallererst mal auf die Webseite von ChatGPT, das ist chat.openai.com und anschließend dann werdet ihr zu diesem Fenster hier weitergeleitet. Hier müsst ihr nun auf Signup draufklicken und sobald ihr es getan habt, könnt ihr hier euren Account anlegen. Zuallererst mal gebt eure E-Mail-Adresse ein, klickt anschließend dann auf I'm not a robot oder wenn ihr möchtet, einfach hier unten den Login machen mit Google bzw. mit eurem Microsoft-Account. Sobald wir das erlegt haben, können wir auch schon direkt mit der Methode starten. Ich möchte euch jetzt gleich ganz genau verraten, wie diese Methode funktioniert. Vorher nochmal kurz eine Nachricht vom heutigen Sponsor. Bevor ich weitermache, habe ich auch nochmal eine persönliche Empfehlung für euch. Ich habe euch nämlich heute mal wieder etwas zum Thema Trading mitgebracht und zwar geht es um den Day-Trading-Kurs für den DAX-Handel, in dem gezeigt wird, wie Einsteiger diese fünf der bekanntesten Strategien handeln können. Die Autorin hat 2016 angefangen, sich das Day-Trading selbst beizubringen und parallel einfach mitgeschrieben. Daraus entstanden ihre beiden Bücher und jetzt ist gerade ihr neuer Kurs erschienen. In insgesamt 32 Videos zeigt sie hier Schritt für Schritt, wie sie diese Trades vorbereitet und durchführten. Wirklich genialer Kurs, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ich habe ihn auch selbst getestet und kann ihn sehr empfehlen. Ein Link zum Kurs ist in der Videobeschreibung drin. Klickt da einfach mal drauf, schaut euch das Ganze an. Wirklich ein genialer Kurs rund ums Thema Day-Trading. Für die heutige Strategie brauchen wir zum einen das Tool ChatGPT und es soll hier vor allen Dingen rund ums Thema Amazon gehen, rund ums Thema Bücher. Und nein, wir wollen keine eigenen Bücher publizieren, sondern wir wollen folgendes tun. Wir wollen Bücher für andere Leute schreiben und viele Kindle-Autoren suchen natürlich nach Ghostwritern, die online für sie Texte schreiben und das für kleines Geld. Und ich glaube, da gibt es eine wahnsinnig große Nische. Ich zum Beispiel habe in den letzten Jahren Dutzende Bücher für Klienten geschrieben beziehungsweise habe meine eigene Ghostwriterin, die das Ganze gemacht hat. Und ich kann euch schon mal Folgendes sagen, das war wahnsinnig viel Arbeit. Und jetzt gibt es natürlich solche Tools wie ChatGPT, die für uns einfach die Arbeit übernehmen. Und genau deswegen möchte ich euch mal die Strategie ganz genau zeigen. Und bleibt auf jeden Fall dran, weil gleich gebe ich euch die Skripte, die ihr nutzen könnt, um Leute zu überzeugen von eurer Dienstleistung. Wie zuallererst mal funktioniert ChatGPT. Ich bin jetzt gerade hier in dem Tool drin und ich habe schon mal so einen kleinen Testauftrag gegeben, nämlich ich hatte hier geschrieben, Write a 1000-Word-Article about flights to Germany from Dubai. Und dann habe ich jetzt hier unten die Antwort von ChatGPT bekommen und das ist natürlich ein richtig gut geschriebener Text. Und wir machen mal genau dasselbe einfach nochmal. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die linke obere Ecke, klicken auf New Chat, dann können wir hier jederzeit einen neuen Chat beginnen. Oder wir gehen einfach ganz hier unten rein und schreiben hier unseren sogenannten Prompt rein. Was einfach bedeutet, hier schreiben wir rein, was ChatGPT für uns tun soll. Und ich könnte jetzt hier vielleicht Folgendes reinschreiben, nämlich Write a 2000-Word-Article about indoor gardening. Und dann drücke ich einfach nur noch auf Enter und anschließend dann wird jetzt direkt dieser Artikel hier geschrieben. Und hier steht es nun bereits, nämlich Indoor-Gardening is a fun and rewarding hobby that allows you to grow a wide variety of plants in the comfort of your own home. Whether you are a seasoned gardener or new to the world of plants, indoor gardening can be a great way to add some greenery to your space and bring the outdoors inside. Und man sieht natürlich hier sehr schön, dass diese Texte einfach wunderbar geschrieben sind. Ich muss gestehen, dass meine Ghostwriterin, auch wenn ich sie sehr gerne habe, wahrscheinlich kaum bessere Texte schreiben könnte, als einfach dieses Tool hier. Und das Tolle vor allen Dingen an diesen Texten ist, dass sie in der Regel wirklich perfekt sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir damit Geld verdienen? Und vor allen Dingen, wie können wir damit Geld verdienen mit deutschen Texten? Weil ich denke, viele von euch werden sicherlich sagen, hm, englischsprachige Texte, weiß ich nicht unbedingt, ob ich das tatsächlich so gut verkauft bekomme. Deswegen kommt jetzt die Strategie, die ihr nutzen könnt, um innerhalb von kürzester Zeit mit ChatGPT gutes Geld verdienen zu können. Das Erste, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst auf Amazon gehen. Anschließend dann würde ich hier eine spezifische Nische nachschauen. Zum Beispiel das Thema Geld verdienen. Sobald ihr das getan habt, würde ich einfach mal hier nach einigen Autoren suchen. Und ihr seht natürlich, dass ganz, ganz viele Leute hier Bücher schreiben. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen diese Leute kontaktieren und wollen praktisch diese Leute ansprechen, wollen sagen, hey, wir würden gerne für dich ein Buch umsetzen. Und wie macht man das? Wir können zum Beispiel hier auf die Autoren draufklicken, zum Beispiel diese Person hier, können den Namen einfach mal nehmen, geben ihn anschließend dann auf Google ein. Und dann finden wir natürlich die Autoren-Websites von genau diesen Autoren hier. Und dann machen wir Folgendes, nämlich wir nehmen dieses Skript hier und schicken das an sie. Und ja, ihr könnt das auch gerne verwenden. Nämlich hier steht zuallererst mal folgendes, das ist ein Skript, das ich mir überlegt habe, das ich übrigens für meine eigene Agentur nutze. Nämlich erstmal natürlich Satz mit Bezug auf den Kunden und kurze Vorstellung der Dienstleistung. Dann, wir wissen, dass Ghost Spray eine Vertrauenssache ist. Genau aus diesem Grund stehen wir die 7 Tage die Woche, 53 Tage mehr zur Verfügung. Und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch gerne hier anschauen. In meinem Falle nehme ich zum Beispiel 0,55 Euro pro Wort, also 5,5 Cent pro Wort. Und hier findet ihr, wie gesagt, nochmal einige Infos dazu. Jetzt natürlich die Frage, wie können wir tatsächlich mit ChatGPT Geld verdienen? Wir haben ja hier zum Beispiel einen kurzen Artikel bekommen rund ums Thema Indoor Gardening. Was wir jetzt machen, ist folgendes, nämlich wir nehmen diesen Text, das heißt wir kopieren das, kopieren das, kopieren das, kopieren das, nehmen einfach diesen gesamten Text, STRG C, anschließend dann gehen wir in dieses Tool hier rein, das nennt sich DeepL, STRG V, jetzt kopieren wir das Ganze hier rein und jetzt wird der Text automatisiert ins Deutsche übersetzt. Und die Übersetzung ist wirklich perfekt oder fast perfekt in der Regel, nämlich hier steht ja, Indoor Gardening is a fun and rewarding hobby that allows you to grow a variety of plants in the comfort of your own home. Und jetzt schauen wir das Ganze mal auf Deutsch an, nämlich das Gärtner im Innenraum ist ein unterhaltsames und lohntes Hobby, das es ihnen ermöglicht, eine vielstöffe Pflanzen bequem zu Hause anzubauen, egal ob sie ein erfahrener Gärtner oder ein Neuling in der Welt der Pflanzen sind, Indoor Gärtnern kann eine großartige Möglichkeit sein, ihren Raum zu begrünen und die Natur ins Haus zu holen. Die Übersetzung ist wirklich in der Regel sehr, 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 sehr gut und ihr könnt natürlich euch das Ganze hier nochmal durchlesen und könnt einfach schauen, wenn irgendwas vielleicht nicht ganz so gut klingt, dass ihr einfach einen anderen Begriff verwendet, aber an sich sind eigentlich die Übersetzungen fast perfekt. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen, wo man denkt, ah, hier hätte man einen anderen Begriff nehmen können, aber ihr werdet wie gesagt feststellen, dass die Arbeit dann wirklich nur noch sehr, sehr, sehr gering ist. Und genau solche Dienstleistungen könnt ihr natürlich dann auch an Kunden auf zum Beispiel Amazon verkaufen und euch damit ein richtig gutes Einkommen aufbauen. Und zum Beispiel, ich nehme mal an, ihr schafft es nur, einen einzigen Kunden am Tag davon zu überzeugen, mit euch zusammenzuarbeiten, dann würdet ihr bei so einem Auftrag sicherlich ein Tausender verdienen können. Und nochmal, ihr habt keine Kosten, ihr geht einfach in ChatGPT rein, lasst praktisch diesen Artikel beziehungsweise dieses Buch schreiben, übersetzt es dann direkt hier mit Diepel, geht das Ganze nochmal kurz durch, das schafft man innerhalb von wenigen Stunden, also ein, zwei Stunden, dann hat man meistens so ein 10.000, 20.000 Wörterbuch tatsächlich auch schon durch. Ja, so lange sind die meisten Bücher auf Amazon also eher relativ kurze Bücher und dann, wie gesagt, könnt ihr Dienstleistungen beim Auftraggeber abliefern und verdient damit euer Geld. Wenn ihr übrigens mehr zu genau diesem Thema wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, ich habe nämlich einen riesigen Kurs rund ums Thema Ghost Trading Agentur starten, von zum Beispiel sowas wie, auch wenn ihr Mitarbeiter einstellen wollt, Mitarbeiter einstellen, Deadlines und Meilensteine, Leistungsaufwand definieren, Rechnung schreiben, Umsatzsteuerregelung, wie man vor allen Dingen auch auf Freelancing Plattformen Geld verdienen kann, wie People Power, Upwork, Fiverr, alle Strategien, auch zum Beispiel hier mit Machine Learning Tools arbeiten, sowas wie ChatGPT, Kundeakquise und vieles, vieles mehr, alles, was ihr wissen müsst, steckt in diesem Kurs drin. Ich habe den Kurs in der Videobeschreibung drin verlinkt und falls ihr 1 zu 1 Hilfe braucht, ich biete auch 1 zu 1 Coaching an und auch dazu habe ich euch einen Link wieder in die Videobeschreibung reingetan, aber aufpassen, meine Coachingpreise werden sich bald erhöhen, das heißt, falls ihr jetzt nochmal den Vorteilspreis haben wollt, dann schaut jetzt in die Videobeschreibung rein. Gut, das war es dann heute hier für dieses Video, gebt gerne diesem Video einen Daumen nach oben und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können. und ich hoffe,